Schauen Sie sich das an, lernen Sie das kennen. Unser gemeinsames Projekt, die lebenswerte Gemeinde der Zukunft. Beteiligung von Bürger und Bürgerinnen ist heutzutage in aller Munde und gleichzeitig, ui, große Distanz. Wie gehen wir das am besten um? Infofrauenanstaltungen, Architektenwettbewerbe, die klappen wir schon relativ gut. Da kommen wirklich Informationen an die Bürgerinnen, da kommen Ideen für die Architektinnen. Darüber hinaus, da kriegt es jetzt Impulse beim Lösungskongress, die lebenswerte Gemeinde der Zukunft. Zu Konventen, zu Bürgerinnen reden, zu Bürgerparlamenten und auch zu Bürgerinnen entscheiden. Worauf muss man aufpassen? Was gelingt? Wo kann man dazulernen? Wie männert man das gut an? All das erfahren Sie beim österreichweiten Lösungskongress, die lebenswerte Gemeinde der Zukunft. Wir laden alle Bürger und Bürgermeisterinnen, alle Gemeindeverwalterinnen dazu ein. Schauen Sie sich das an, lernen Sie das kennen. Wir begleiten Sie gern, diesen nächsten Schritt mit Bürger und Bürgermeisterinnen gemeinsam zu gehen. Roland Jaritz für das Kernteam, lebenswerte Gemeinde der Zukunft. Tickets, jetzt über Ü-Ticket, bei allen Raiffeisen und Volksbanken sowie Sparkassen. Dein Talent wird jetzt gebraucht. Prominente und authentische Wertebotschafter unterstützen uns dabei. Baldur Preiml, Barbara Stöckel, Sepp Forcher, Gudrun Pflüger, Erwin Thoma, Rupert Mayer, Helmut Mödelhammer, Gregor Sieböck, Karl Siekatzleitner, Erika Pichler, Heidi Penterling, Elisabeth Fuchs, Familie Hauser vom Stangelwirt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017